Guten Abend, oder fast guten Morgen. So, wir haben jetzt folgendes rausgeweilt. Wahlen helfen doch? Natürlich. Was wollen wir da machen? Wollen wir so tun, als ob wir wie Reichsbürger oder wie andere politische Kräfte sagen, nee, wir entkoppeln uns von allem und machen nur noch, was wir wollen. Und, ja, sagt das mal im Laden, sagt das mal irgendwo einem Büttel, sagt das mal irgendeiner Behörde oder weiß der Kuckuck was. Wir hatten das ja rausgearbeitet, letzten Endes, ich zitiere mal ganz kurz Sabine Schmitz. Sie schrieb, da sollte man Flugblätter drucken und abwerfen, damit das auch jeder verstehen kann. Ja, klar, richtig. Wir haben das nämlich schon mal gemacht. Wir haben damals, aber kleinen Moment, ich muss nochmal zurückgreifen. Ich hatte ja zwei Videos, und zwar das Infektionsschutzgesetz wurde jetzt einfach beschlossen und die haben Angst. Auf eins, ein super Sender, der über alles berichtet, nicht über das, was allen genehm ist oder allen Mächtigen genehm ist, sondern über alles. So, und, ähm, ich hatte auch ein Video, und zwar, warum Wahlen doch etwas ändern. Also, Wahlen ändern nichts, aber, ne, das ist der Trick. So, Wahlen helfen doch. Dazu sind wir jetzt in der Community, letzten Endes, gekommen, äh, zu dieser Erkenntnis, und zwar, warum? Ganz einfach. Ich habe folgendes gemacht. Das hat schon mal geholfen auf, ich verlinke das, www.info-k.de, äh, hatten wir damals Flugblätter zum Download und Ausdrucken angeboten, und die wurden so verteilt, ich möchte das jetzt gar nicht erst alles wiederholen, aber da war die Hölle los. Da berichteten die Mainstream-Medien, Medien ganzer Bus darüber, wie viele Flugblätter in der ganzen Bundesrepublik verteilt wurden. Und ich habe jetzt eine Zeile eingefügt, und zwar, Wahlen helfen doch, warum? Entweder man klickt hier drauf, oder man klickt hier drauf. Ganz egal. Wir probieren mal aus, wie das aussieht. Das sieht so aus, Auswahl für Flyer, die man ausdrucken kann, und beim Abendspaziergang ganz einfach verteilen kann. Beim Abendspaziergang. Nicht auf der Straße, das hat keinen Sinn, die Leute denken, das ist irgendwelche, äh, Werbung und so weiter, und wollen das dann nicht. So, jetzt gucken wir uns dieses Flugblatt mal an, was Sabine Schmitz da vorgeschlagen hat. Nein, also sie hat es nicht vorgeschlagen, ich habe es ausgearbeitet. Ähm, ist eine PDF, lässt sich direkt quer ausdrucken, und jeder hat einen Drucker zu Hause, 50 Stück verteilen, reicht. Und wenn das viele machen, dann hilft das genauso millionenfach, wie es damals in der Corona-Diktatur, oder zu Anfang der Corona-Diktatur geholfen hat. Überschrift, und jetzt, ich lasse jetzt auch keine weiteren, äh, großen Verbesserungen zu, und macht es nicht anders, macht es nicht, äh, viel komplizierter, druckt nicht die ganze Seite voll, oder druckt nicht Doppelseiten. Das muss einfach sein, das muss reingehen in den Kopf. Deswegen gehe ich erstmal davon aus, was jeder weiß. Politik ist verlogen, das weiß jeder, da sagt jeder, hm, stimmt. Aber, oh, Nanu, Wahlen helfen doch, Nanu, warum? Die Ampel und vorher die CDU haben Deutschland in die Katastrophe geführt. Aber zu viele haben die Ampel letzten Endes gewählt, und zu viele haben geschwiegen. Die Schweigenden, also die Nichtwähler und die CDU-Wähler, müssen also die Ampel ertragen. Nur die laute Stimme wird gehört. Angenommen, die Nichtwähler und die CDU-Wähler wählen gar nicht mehr. Dann haben die Ampelwähler die Mehrheit und die Katastrophe geht weiter. Angenommen, die Nicht- und CDU-Wähler wählen keine Altpartei, sondern eine ganz andere Partei. Okay, dann sitzen die Altparteien bestenfalls in der Opposition und wir bekommen eine Chance, die Katastrophe abzuwenden. Machen wir uns nichts vor. Und natürlich, es geht weiter mit irgendwelchen Parteien und die werden sich dann bald wieder als die typischen Altparteien entwickeln und entpuppen. Aber wir haben endlich eine Pause. Wir haben eine Pause, um es besser zu machen, die Katastrophe abzuwenden. Also, gehen Sie zur Wahl. Angenommen, die Wahl wird gefälscht. Das passierte kurz vor der Wende in der DDR auch. Und brachte die Menschen erst recht in Wut über die katastrophale Regierung der DDR. Muss ich noch mehr sagen? Ich fasse nochmal zusammen. Letztens geht es doch um Folgendes. Es geht auch darum, wenn Sie sich damit einverstanden zeigen, dass Wahlen doch helfen können, auf diese Art, dass die unterm Strich vielleicht alles quatscheln und wenn Wahlen etwas ändern würden, werden sie schon längst verboten und so weiter. Okay, ja, alles klar. Aber wenn Sie sich damit einverstanden erklären, dass Sie sagen, okay, wenigstens hätten wir eine Pause. Eine Pause, in der wir die Katastrophen abwenden können. Und das ist ja letzten Endes das Wichtige. Dann gehen Sie auf info-k.de, drucken Sie sich so einen Flyer aus, verteilen den nicht auf der Straße, den nimmt keiner, den schmeißt jeder weg, drucken Sie vielleicht 20, 30 Stück aus, gehen abends durch die Nachbarschaft, tun das einfach in den Briefkasten. Mehr nicht. Und der, der es im Briefkasten hat, der sagt sich, mhm, naja, gut. Und der guckt sich nochmal diesen Text an hier und sagt sich, mhm, vielleicht ja. Wenn Sie einen überzeugten Ampelwähler erwischt haben oder einen CDU-Wähler, der sagt, mhm, blä, 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 okay. Aber wenn Sie einen der Nichtwähler erwischt haben, dann haben wir vielleicht eine Chance, dass irgendeine Partei oder seien es mehrere Parteien so stark werden, dass sie sich zusammenschließen können und sagen, los, kommt, wir wenden jetzt die Katastrophe ab. Das war ja zu blöd, was jetzt passiert ist. Los, wir geben uns alle Mühe, dass es erstmal besser wird. Hinterher werden die sich zanken, weiß ich, ja. Aber es kann helfen. Also www.info-k.de Ich verlinke das, nicht wundern, das dauert alles ein bisschen mit dem Seitenaufbau. Ich habe das über Google gemacht. Aber Leute, macht was. Wenn ihr nichts macht, bleibt es so. Wenn ihr was macht, haben wir eine Chance. Wenn es auch nicht die beste ist, aber es ist eine Chance. Also dann, macht was, aber macht es gut. Bis dann. Tschüss, tschüss.